Herzlich Willkommen. So langsam kommt die Wahrheit an den Tag. Lange Zeit haben Steinmeier und Schröder und Fischer behauptet, sie hätten Deutschland herausgehalten aus dem verbrecherischen Krieg im Irak. Jetzt sagte ein hoher amerikanischer General, ohne die Informationen des Bundesnachrichtendienstes hätten ihre Luftschläge niemals so erfolgreich geführt werden können. Ohne das Ausspähen von Zielen, ohne Warnungen vor Verteidigungslinien der Iraker wäre das alles nicht so perfekt gelaufen. Wir fragen uns, wer lügt uns jetzt eigentlich an? Der amerikanische General oder Außenminister Steinmeier? Der hat ja im Parlament immer behauptet, gar nichts sei da passiert. Und er muss es wissen, er war der Koordinator der Geheimdienste. Nun ist es so in unserem Rechtsstaat. Selbst ein Außenminister darf das Parlament belügen, in öffentlicher Sitzung. Aber vor dem Ausschuss, vor dem Untersuchungsausschuss darf er nicht lügen. Wer dort lügt, ist ein Fall für das Strafgericht. Ich hoffe, Steinmeier das stimmt. Untertitelung des ZDF, 2020